Ich habe in meinem Praktikum immer sehr unwohl, also im ersten Praktikum sehr unwohl gefühlt und irgendwie auch ein bisschen erniedrigt. Weil ich eigentlich die Chance auf einer Lehrstelle gar nicht hatte, aber trotzdem musste ich weiterarbeiten und immer so fast wie eine Maske haben und immer glücklich sein und immer mit den Kindern gut haben und so. Und einen schlechten Tag darf man eigentlich meistens nicht haben, weil es sich ja auch über die Kinder überträgt. Und das ist nicht so ein tolles Gefühl.